Die Medaille sowieso wird sich auf den Vordernetz verändern. Dazu muss sie aber erstmal die 500 Meter so schnell für sich passieren. Und am besten schneller als ihre Kontrahenten heute. Saty Matyna Sarkova aus solchen jetzt auf der Strecke unterwegs. In der Woche war sie noch die zweite gewesen. Jetzt kann sie ihr Erster werden, wenn sie schnell genug ist. Schnell gut, haltet sich vierkulbige und bereits eine solche übrige Medaille. Und sie kennen sie da unter den Wintermedaillen. Also sie fahren bei einer Bootskategorie. Sie fahren einerseits Kajak, das haben wir vorhin gesehen. Und jetzt ist sie da im Kanadier-Underwärts. Und sie ist absolut BMW Queen von diesem Jahr. Martina Sarkova aus der tschechischen Republik.